Mein Name ist Thomas. Ich bin Produktmanager bei der Firma KS Tools. Ich möchte euch jetzt unsere Monster Schlagschrauber Serie zeigen, die wir über all die Jahre ausgebaut haben. Dazu habe ich mir zwei Geräte ausgesucht, die ich euch heute näher bringen möchte. Zum einen ist es unser Monster Schlagschrauber in Halbzoll, den wir seit Jahren erfolgreich in dem Markt verkaufen. Mit weit über 100.000 Stück hat sich dieser bereits im Markt etabliert. Das Besondere an diesem Schlagschrauber ist sein geringes Gewicht von 2,2 Kilogramm. Er hat eine maximale Leistung von 1690 Newtonmeter im Lösebereich. Diese wird über das Doppelhammer Schlagwerk sehr schnell erreicht. Das heißt, in wenigen Sekunden liegen 100 Prozent der Kraft an. Die anfallende Abluft wird durch den kälteisolierten Handgriff nach unten abgeführt. Zum anderen ist es unser Super Monster Schlagschrauber, der in vielen Lkw-Werkstätten zum Einsatz kommt. Das Besondere an diesem Schlagschrauber ist seine lange Spindel und das geringe Gewicht von knapp 7 Kilogramm. Er hat eine Leistung von 3400 Newtonmeter, die in vier Stufen verstellt werden kann. Die Umschaltung Rechts-Linkslauf erfolgt über die Einhandverstellung im Abzug. Aufgrund der verschiedenen Bautypen der Monster-Familie ist für jeden Arbeitsbereich etwas dabei.